Ja, guten Tag, liebes Publikum der Ringvorlesung, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie wie immer herzlich und freuen uns auf den Vortrag heute. Heute geht es einmal mehr um die Erkenntnis, dass Praktiken und Poetiken des Intervenierens eben nicht allesamt in Europa entstanden sind. Das ist immer sehr wichtig zu betonen und das war auch wichtig bei der Konzeption des SFBs und das Teilprojekt, von dem wir heute hören, ist in diesem Sinne ganz besonders bedeutsam für unsere gemeinsame Forschung, denn hier geht es eben um Interventionspraktiken, die in Brasilien und Argentinien entstanden sind und so auch der Vortrag heute zu intervenierenden Poetiken in Brasilien und Hispanoamerika. Und der Vortrag kommt heute von Susanne Zepz-Würner und Mariana Simoni, die ich Ihnen noch kurz vorab vorstellen möchte. Bei Susanne Zepz-Würner geht es mir immer noch schwer, über die Lippen zu sagen, dass sie Professorin für spanische und hispanoamerikanische Literaturwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen ist, denn sie war vorher eine, über viele Jahre, eine sehr geschätzte Kollegin hier bei uns an der Freien Universität, mit der wir ganz intensiv in verschiedensten Zusammenhängen zusammengearbeitet haben und insofern war es für die FU sehr bedauerlich, dass das Land Nordrhein-Westfalen und die Universität Duisburg-Essen diesen Coup gelandet hat und Susanne Zepz-Würner nach Duisburg-Essen verpflichtet wurde. Sie ist Spezialistin für spanische, lateinamerikanische Literaturen, im Grunde genommen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, hat also einen ganz breiten historischen Schwerpunkt, ein breites Spektrum an literarischen Praktiken, die sie untersucht, hat aber auch weitere wichtige Forschungsschwerpunkte im Bereich Recht und Literatur, wie auch im Bereich der jüdischen Literaturen, wozu sie sehr viel hier am Fachbereich und für die ganze Freie Universität angestoßen hat. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute einmal wieder hier bei uns haben und natürlich haben wir sie auch weiterhin im Sonderforschungsbereich intervenierende Künste, denn da arbeitet sie weiterhin zusammen mit Mariana Simoni. Mariana Simoni ist Junior-Professorin hier bei uns an der Freien Universität für Literaturen und Kulturen Lateinamerikas mit Schwerpunkt Brasilianistik am Lateinamerika-Institut. Sie ist auch Theater- und Tanzspezialistin, weshalb sich auch viele Kooperationen ergeben mit der Tanzwissenschaft und der Theaterwissenschaft und hat einen weiteren Schwerpunkt im Bereich Literatur und Migration. Und ich möchte auch noch sagen, dass in dieser Projektgruppe auch Mael Karl und Caimé Guerrero Valencia arbeiten, heute auch hier. Und der Vortrag kommt aber von Susanne Zep und Mariana Simoni, denen ich jetzt gleich das Wort geben möchte. Bitte schön. Vielen Dank, Matthias, für die Vorstellung. Wir bedanken uns sehr für die Einladung unserer Forschungen im Teilprojekt A3 im Rahmen dieser Ringvorlesung vorstellen zu dürfen. Susanne und ich führen dieses Projekt nicht zu zweit durch, sondern gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden Mael Karl, Caimé Guerrero und Janaina Magalens-Pessoa. Was die Struktur unserer Vorlesung betrifft, möchten wir mit einer begriffsgeschichtlichen Reflexion angesichts des historischen Kontextes beginnen, in dem unsere Studien angesiedelt sind. Dann werden wir Ihnen anhand ausgewählter Fallstudien versuchen, nachvollziehbar zu machen, wie die im Titel benannten Poetiken der Intervention in Kunst und Literatur in Brasilien und Hispanoamerika zu verstehen sind. Im Schlussteil der Vorlesung versuchen wir, die Ergebnisse der Einzelanalysen noch einmal mit unseren eileitend gemachten Überlegungen zu verknüpfen und sind dann sehr gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Der Interventionsbegriff ist im Kontext der lateinamerikanischen und brasilianistischen Literatur- und Kulturwissenschaften nicht von der Geschichte des Kontinents zu trennen. Es war deshalb alles andere als Zufall, Sie sehen das hier auf der Folie, dass die Anhängerin des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro die radikalisiert vom Narrativ einer vermeintlich gestohlenen Wahl am 8. Januar 2023 Kongress, Präsidentenpalast und das Gebäude des obersten Gerichts der Hauptstadt Brasilia stürmten, auf zahlreichen Plakaten ein Eingreifen des Militärs, also eine Intervention, Intervenção Militar, gegen eine Regierung des Wahlsiegers Lula da Silva forderten. Der von Ihnen genutzte Begriff der Intervenção Militar bezog sich dabei unmissverständlich auf den Militärputsch vom 31. März 1964, mit dem damals eine 21-jährige Diktatur in Brasilien begonnen hatte. Brasilien war nicht das einzige Land des Kontinents, das eine Militärdiktatur erdulden musste. Sie sehen hier eine Zeitleiste der politischen Zusammenhänge Lateinamerikas und alle schwarz markierten Bereiche markieren Militärdiktaturen. Doch zurück nach Brasilien und den Sturm der Bolsonaro-Anhänger auf die Regierungsgebäude. Die demokratischen Institutionen wehrten sich auf Betreiben des Wahlsiegers Lula da Silva persönlich mit einer Intervenção Federal, die nach Artikel 84 der brasilianischen Verfassung von 1988 ermöglicht, dass bei Gefährdung der öffentlichen Ordnung die Verantwortung in einem Bundesland für einen bestimmten Zeitraum zentralisiert wird. Die Verfassung von 1988 war Ergebnis des Ringens um die Redemokratisierung Brasiliens nach dem Militärregime und gehört zu den beeindruckendsten Errungenschaften des Landes, da das Dokument die ethnische und kulturelle Vielfalt Brasiliens zu einem Zeitpunkt rechtlich anerkannte, als andere Länder noch weit von der Umsetzung rechtlicher Gleichheit entfernt waren. Das bedeutet nicht, dass es nicht weiterhin große Desiderate in der Rechtsdurchsetzung der Gleichstellung indigener Gemeinschaften gäbe, doch verfassungsgeschichtlich unterscheidet dies Brasilien etwa von Chile, wo am 11. September 1973 ebenfalls das Militär geputscht und eine Junta unter der Führung von Augusto Pinochet installiert hatte, die das Land bis zum 11. März 1990 führen sollte. Doch die Verfassung aus Pinochets Zeiten ist weiterhin gültig. Im Dezember 2023, also weniger als ein halbes Jahr her, scheiterte auch der zweite Versuch einer Verfassungsreform in Chile, als sich eine Mehrheit der Teilnehmenden in einem Referendum gegen den Entwurf für ein neues Grundgesetz aussprach, der die aus der Zeit der Militärdiktatur stammende und bis heute in Chile gültige Verfassung ablösen sollte. Diese Verfassung vermag nicht, die Rechte indigener ChilenInnen zu sichern. In Argentinien, wo nach einem Putsch am 24. März 1976 bis 1983 eine brutale Diktatur geherrscht hatte, wurden in einer Verfassungsreform von 1994 der Jure die Rechte indigener BürgerInnen anerkannt, doch wird die mangelnde Durchsetzung von territorialen Rechten wie von menschenrechtlicher Gleichstellung, sowohl im Land selbst wie von internationalen Organisationen immer wieder angeklagt. Das gilt auch für andere Länder des Kontinents. So gibt es etwa auch in Peru, das von 1968 bis 1980 eine reformistische Militärdiktatur erlebte, seit 2021 versteckte Bemühungen um eine neue Verfassung. Und während die Verfassung von 1992 Paraguay, das bis dahin seit dem Jahr 1954 von einer Militärdiktatur geführt wurde, als ein multikulturelles, zweisprachiges Land definiert, muss um die Durchsetzung indigener Rechte weiterhin gerungen werden. Also in Paraguay Spanisch und die indigener Sprache Guarani sind offizielle Landessprachen. Ähnliches gilt im gesamten Kontinent, wie darüber hinaus für Kämpfe um Gleichheit, Gerechtigkeit und Souveränität für die Rechte der Nachkommen ehemaliger versklavter Menschen, Frauen und LGBTQI-Plus-Personen. Literarische und künstlerische Interventionen sind sich dieser komplexen Situation der rechtlichen wie der regionalen Unterschied bewusst. So ähnlich, die durch die verschiedenen Militärputsche kontaminierte Semantik des Interventionsbegriffs sein mag, so ist es zugleich nicht möglich, allgemeine Studien zu intervenierenden Praktiken in der lateinamerikanischen Kunst vorzulegen. Unsere Vorlesung versucht, wie die einzelnen Forschungsvorhaben in unserem Teilprojekt, der Komplexität des Gegenstands durch Fallstudien aus Brasilien und Hispanoamerika gerecht zu werden, die in jeweils unterschiedlicher Weise das Ringen von Literatur und Kunst um rechtliche Anerkennung und Gleichstellung, aber auch um Rechtsdurchsetzung in demokratischen Verfassungen nachvollziehen. Unsere Beispiele fokussieren Phänomene der Gegenwartskulturen, nehmen dabei aber immer wieder Bezug auf historische Entwicklungen, künstlerischen Widerstands, etwa während der Militärdiktaturen. Besonders spannend für unsere Arbeit am Interventionsbegriff ist es, wenn Künstlerinnen ihre Aktionen selbst als Interventionen bezeichnen. Dies gilt für unsere erste Fallstudie, die aus Chile ist. Sie sehen hier den Titel Intervención Mapuche aus dem Jahre 2018 von der indigenen chilenischen Künstlerin Daniela Caprile. Wir möchten Ihnen an diesem Beispiel die enge Verflechtung von Forderungen nach Zugang zum Recht, oh, pardon, man hört mich glaube ich auch so, aber trotzdem ist es besser, von Forderungen nach Zugang zum Recht und intervenierenden Praktiken in der chilenischen Kunst seit 1973 erinnern. Als im September 2020 bekannt wurde, dass der Mapuche-Schriftsteller Eliku Raciwailav den höchsten chilenischen Literaturpreis gewonnen hatte, war dies nur einer von vielen Meilensteinen in einem langen, bis heute andauernden Kampf um die Anerkennung der Rechte der Mapuche in der Öffentlichkeit Chilis. Die Mapuche sind eine indigene Gemeinschaft, deren historisches Territorium sich heute auf die Staaten Chile und Argentinien erstreckt. Sie hatten sich von Beginn an der spanischen Kolonialisierung widersetzt. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts hatten die Mapuche auch ein eigenes staatliches Gefüge, das bis 1883 Bestand hatte. Im Zuge der sogenannten Befriedung Araucaniens, Pacificación de la Araucania, dieser euphemistische Begriff verdeckt die Ruhebrutalität eines von 1861 andauernden Eroberungskriegs des unabhängig gewordenen Staates Chile, der 1883 mit der Besetzung der Mapuche-Territorien endete, wurden die Mapuche in Reservate zurückgedrängt, die unter 10% ihres ursprünglichen Territoriums ausmachten. Die Anerkennung ihrer Geschichte und ihrer Rechte ist ein bis heute ungelöstes Kapitel in der Geschichte des Kontinents. Seit 1990 hat der Konflikt zwischen Mapuche-AktivistInnen und der mit brutaler Härte vorgehenden chilenischen Polizei zahlreiche Todesopfer gefördert. Vor der Präsidentschaftswahl am 21. November 2017 waren die Fronten verhärteter, denn je nach gewaltsamen Zusammenstößen verhängte der damalige chilenische Präsident Sebastián Piñera am 12. Oktober 2017 den Ausnahmezustand über die Konfliktregion und entsandte 2000 Soldaten in den Süden Chiles. Diese Militarisierung der Region bedeutete eine weitere Verschärfung des Konflikts. Ungeachtet anderslautender Ankündigungen während des gesamten Wahlkampfs beendete der 2022 gewählte Präsident Gabriel Boric nicht die von Piñera angestoßene Politik der Militarisierung gegen Gruppen der Mapuche, die auch mit radikalen Mitteln die Rückgabe des Landes ihrer Vorfahren fordern. Dabei sind die Mapuche-Gemeinschaften in Chile einer systematischen Diskriminierung ausgesetzt, die über Fragen des Landbesitzes weit hinausgeht und auch die kollektiven Rechte betrifft, die in der IOL-Konvention 169 aus dem Jahre 1989 die Chile erst im Jahre 2008 ratifiziert hat und der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker von 2007 festgelegt sind. Letztere ist als Resolution der UN-Generalversammlung völkerrechtlich nicht bindend. Nichtregierungsorganisationen haben immer wieder auf die Verstöße gegen die Menschenrechte der Mapuche in Chile hingewiesen. Die große Mehrheit der Mapuche lebt in prekären Verhältnissen. Sie machen indes nach dem Zensus etwa 10% der chilenischen Bevölkerung aus, doch sie haben keine Chancengleichheit in dem Land, dessen BürgerInnen sie sind. Chile ist neben Uruguay bis heute das einzige Land in Lateinamerika, das da eine indigene Bevölkerung nicht in seiner Verfassung anerkennt. Auch in den Verfassungen von Costa Rica und El Salvador fand sich lange Zeit keine explizite Bezugnahme, doch während El Salvador die verfassungsrechtliche Anerkennung 2014 nachgeholt hat, und in Costa Rica die Anerkennung per einfachem Gesetz 2019 festgelegt wurde, erlaubt die chilenische Verfassung, die im Kern, wie gesagt, noch aus der Pinochet-Diktatur stammt, die Verfolgung auch von Mapuche-Personen und das ist das Entscheidende als Terroristinnen. Eine neue verfassungsgebende Versammlung sollte dies ändern, den Mapuche zu ihrer rechtmäßigen Anerkennung und Gleichstellung verhelfen, den Weg zum neuen verfassungsgebenden Konvent freigemacht, hatten breite und langanhaltende Proteste im Oktober 2019 und die überwältigende Zustimmung der Bevölkerung bei einem Referendum am 25. Oktober 2020. Bei der Wahl des Verfassungskonvents, der die neue Verfassung schreiben sollte, gewann linke parteiunabhängige Vertreterinnen im Mai 2021 die Mehrheit der Sitze, im Dezember 2023 wiederum wurde bereits der zweite Neuentwurf der chilenischen Verfassung nach einer Social-Media-Heads-Kampagne in einem Referendum abgelegt. Doch die Arbeit an einer neuen Verfassung ist damit nicht zu Ende, sondern der Prozess der Einigung auf eine neue Verfassung geht weiter. Den Weg dorthin haben auch Kunst und Literatur mitgeebnet, die Proteste 2019 gegen eine Fahrpreiserhöhung in der U-Bahn in der chilenischen Hauptstadt Santiago verschmolzen mit sozialen Forderungen nach fairen Renten und Löhnen, nach Bildung, Gesundheit, bezahlbarem Wohnraum für alle, auch für die indigenen Mapuche. Die Performances der Gruppe Las Tesis über die Straflosigkeit von Feminizid spielten dabei eine große Rolle und der Wahlspruch, es ist nicht wegen 30 Pesos, sondern wegen 30 Jahren, brachte auf den Punkt, dass es sich nicht um Proteste gegen die Fahrpreiserhöhung als solche handelte, sondern gegen die Politik der Regierung der mehr als letzten 30 Jahre, also seit dem Übergang Chiles zur Demokratie. In diesem Zusammenhang hat die Künstlerin Daniela Catrilleo die Notwendigkeit eines verbesserten Zugangs zum Recht der Mapuche zum Gegenstand ihrer Texte und künstlerischen Praktiken gemacht. Es ist eine zentrale Botschaft ihrer Werke, dass sich indigene Menschen zunächst ihrer Rechte und der Möglichkeiten zur Wiedergutmachung durch das Rechtssystem bewusst sein müssen, bevor sie ihre Ansprüche effektiv äußern und sich rechtlich mobilisieren können. Seit den 1990er Jahren sind verschiedene Aspekte von Mapuche-Dichtung untersucht worden, einige Literatur- und kulturwissenschaftliche Studien haben sich vor allem mit der Mündlichkeit des historischen Gedächtnisses der Mapuche befasst, andere haben die Verbindung der Poesie der Mapuche und ihrer Teilhabe an aktuellen ökopolitischen Zusammenhängen im Süden Chiles analysiert, wieder andere haben das sprachliche Zusammenspiel von Mapudungun und Spanisch als einen integralen Bestandteil dekolonialen Schreibens interpretiert, indes die spezifischen rechtlichen Bemühungen von Mapuche-SchriftstellerInnen, die das intervenierende Potenzial der Künste, aber auch den digitalen öffentlichen Raum für eine Verbesserung des Zugangs zum Recht nutzen, sind in diesem Zusammenhang aus unserer Sicht noch nicht ausreichend gewürdigt worden. Daniela Catrilleo hat in einer künstlerisch-literarischen Intervention auf eine besondere rechtliche Konstellation aufmerksam gemacht. Das chilenische Antiterrorgesetz stuft bislang bestimmte Straftaten als terroristische Handlungen ein und sieht dafür schwere Strafen vor. Es wurde, Sie sehen es hier, während der Militärdiktatur von Augusto Pinochet 1984 verabschiedet und ist, wie erwähnt, bis heute mit nur geringen Modifikationen in Kraft geblieben. Das Antiterrorgesetz wurde und wird vornehmlich auf Mapuche-Personen angewandt, die im Kampf um die Anerkennung ihrer Rechte und die Rückgabe ihrer angestammten Territorien neben friedlichen Demonstrationen, Landbesetzungen, Straßenblockaden durchaus zuweilen auch Brandanschläge auf Landgüterscheunen und Fahrzeuge der Holzindustrie verüben. Das ist schlimm, aber das reguläre Strafrecht hätte dafür Möglichkeiten. Das Gesetz, das auf Sie angewürgt wird indes, trägt die Nummer 18314 und seine Anwendung hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt, die Mapuche als intern Feind Chiles zu brandmarken und die chilenische Gesellschaft mehr und mehr zu spalten. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben die Interamerikanische Kommission und der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte sowie der zuständige UN-Sonderberichterstatter immer wieder daran erinnert, dass die überproportionale strafrechtliche Verfolgung von Mapuche-Aktivistinnen vor dem Horizont oder unter dem Antiterrorgesetz ihre Grundrechte markant verletzt. 2018 hat Amnesty International die andauernde Kriminalisierung der Mapuche durch den chilenischen Staat erneut öffentlich kritisiert und auch das Komitee gegen Folter der Vereinten Nationen fordert, in einem im August 2018 veröffentlichten Bericht nicht mehr nach dem Antiterrorgesetz gegen Mapuche vorzugehen. Doch das Gesetz, das es erlaubt, Beschuldigte für bis zu zwei Jahre allein in Untersuchungshaft zu nehmen, sowie auf Basis anonymer Zeugenaussagen zu verurteilen, ist immer noch in Kraft. Erst wenn eine neue Verfassung selbst in Kraft ist, kann sich dies ändern. 2018 hat die Dichterin Daniela Catrilleo mit der Filmemacherin Orocio Chávez-Garcia und der Kunsthistorikerin Carolina Herrera Aguilar zusammengearbeitet, um eine Gedichtperformance mit mehreren Kapiteln, die wir Ihnen heute in Ausschnitten zeigen möchten, mit dem Titel Maripura Varanga Kulapataka Marimeli zu schaffen. Der Titel ist die Zahl 18314 in der Sprache der Mapuche in Mapudungun. Diese Zahl entspricht der Nummer, Sie haben es gesehen, des chilenischen Antiterrorgesetzes. Dieses Gedicht war integrativer Bestandteil einer Serie von öffentlichen interventionistischen Performances. Ich lese es Ihnen in Spanisch und Mapudungun und Sie sehen meine Arbeitsübersetzung hinter uns. Oder auch nicht? Jetzt. 18, 3, 14. Maripura Varanga Kulapataka Marimeli Ley Antiterrorista. Traduzco al Mapudungun los números de la condena dime. En que lengua hablarte para que me oigas. Das Gedicht wurde nicht in einem Buch veröffentlicht, sondern von der Künstlerin rezitiert, eingebettet in Performances am Ufer des Mapocho-Flusses, bei denen die Künstlerin am Flussufer lag und ihr Mund von einem Tuch bedeckt war, auf der die Nummer des Antiterrorgesetzes zu erkennen war. Sie sehen hier zumindest die 18. Als weiteren Akt der öffentlichen Intervention ließ sich Daniela Catrilleo die Ziffern des Antiterrorgesetzes auf den Rücken tätowieren, allerdings nicht in der kolonial beschädigten Sprache Spanisch, sondern auf Mapudungun. In verschiedenen Performances im öffentlichen Raum Santiago entblößte die Dichterin diese Einschreibung in ihren Körper. Ein weiterer Akt dieser Intervention Mapuche, auch hier die Übersetzung, hatte eine große Wirkung im chilenischen öffentlichen Raum, nämlich als die Autorin ein Gedicht mit der Anweisung schuf, die Ziffern des chilenischen Antiterrorgesetzes durchzustreichen und damit ungültig zu machen. Die Gedichte wurden auf Flugblättern in einer öffentlichen Performance verteilt, die auf mehreren Plattformen per Livestream übertragen wurden und von einer Verlesung aller Namen von Mapuche begleitet waren, die während der Diktatur getötet oder entführt wurden, mit einer Pause, um danach die zu benennen, die nach dem Ende der Diktatur bis 2018 getötet oder verschwunden, begleitet worden oder verschwunden gelassen worden sind. Dies wurde als weiterer Akt vor einem der bedeutendsten kolonialen Gebäude Santiago's wiederholt, das sich im Zentrum der Stadt, nur einen Block entfernt von der Plaza de Armas, befindet, dem Gebäude, in dem heute das chilenische Museum für präkolumbianische Kunst untergebracht ist, das indes zwischen 1845 und 1968 den obersten Gerichtshof beherbergte. Diese Performances waren nicht nur als bewusste Interventionen gegen statische Konzepte von Öffentlichkeit konzipiert, sondern auch als Versuch, einen öffentlichen Raum zu schaffen, in dem konkrete gesellschaftliche Missstände in situ bedannt werden sollten. In diesem Beispiel ging es den Künstlerinnen nicht um eine allgemeine, unspezifische Kritik von Ungerechtigkeit, sondern um die exakte Benennung des zentralen rechtlichen Instruments von Diskriminierung. Jetzt geht es uns nicht darum, diese künstlerischen Praktiken als den einzigen Grund für ein Phänomen darzustellen, das seit 2018 verstärkt zu beobachten ist, nämlich, dass immer mehr Mapuche rechtliche Schritte unternehmen, um sich gegen die Anwendung des Antiterrorismusgesetzes gegen sie zu wehren. Das wäre zu vereinfachen, so schlicht sind wir nicht drauf. Aber es ist durchaus zu argumentieren, dass künstlerische Interventionen wie jene, von Daniela Catrilleo einen kommunikativen Raum für Fragen von Rechtsbewusstsein geschaffen haben, die zeigen, im Gegensatz zur Grundannahme des Antiterrorgesetzes, dass Konflikt und Debatte die demokratische Öffentlichkeit nicht als solche gefährden müssen, sondern zu den Herausforderungen gehören, deren Lösungen ihr Fortdeuern sichern, wenn die demokratische Form gewahrt wird. Das ist wichtig. Dass die Intervention Mapuche dabei eine lange Tradition und künstlerischen Widerstands in Chile anzuschließen vermochte, reduziert in keiner Weise die Originalität der künstlerischen Verfahren von Daniela Catrilleo, sondern im Gegenteil, es sicherte ihren Interventionen im öffentlichen Raum Chiles eine vielfache Resonanz. Denn schon kurz nach dem Militärputsch, am 11. September 1973, waren in Chile Gemeinschaftsinitiativen entstanden, die schnell zu Räumen des Widerstands werden sollten. Eine wichtige Rolle kommt dabei der Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Vereinigung der Angehörigen von Häftlingen, die gewaltsam verschwunden gelassen worden sind, zu, die nach dem Putsch mithilfe einer kirchlichen Vereinigung gegründet wurde. Diese Institutionen forderten in unterschiedlichen Interventionen im öffentlichen Raum die Aufklärung des Schicksals der durch das Pinochet-Regime gewaltsam verschwunden gelassenen Personen. Und Sie kennen sicher etwas Ähnliches von den Madres und de la Plaza de Mayo in Argentinien, in Buenos Aires. In der jüngeren Forschung ist übrigens auch darüber gearbeitet worden, wie eng die Arbeiten der chilenischen Arpilleristas mit diesen Institutionen verbunden waren. Arpillerista oder eine Arpillera bestickt Leintücher. Meistens sind das weibliche Akteurinnen, die durch das von oben genannten kirchlichen Einrichtungen versucht wurden, ihnen ein Einkommen zu ermöglichen, also marginalisierte Frauen. Doch nach dem 11. September 1973 ging die Motive dieser Arpilleras, Sie sehen hier das sehr deutlich, schnell über das bloß Dekorative weit hinaus und wurden Ausdrucksformen widerständiger Inhalte. Und hier, da bin ich wirklich Fan, dieser Gruppierung 1979 wurde durch den Soziologen Fernando Valsels, die Schriftstellerin Diamela Etit, den Dichter Raúl Schurita und die bildenden Künstlerinnen Lotti Rosenfeld und Juan Castillo das Colectivo Acciones de Arte Cada, ein Aktionskunstkollektiv, gegründet, das mit verschiedenen Interventionen im öffentlichen Raum die Pinochet-Diktatur in Chile herausforderte. Diese Gruppe nutzte gezielt literarische, teatralische, performative Strategien für ihre Gegeninterventionen im öffentlichen Raum Chiles. Die künstlerischen Aktionen von Cada verließen die herkömmlichen künstlerischen Enklaven und drangen auf die Straßen und in die Stadtviertel Chiles vor. Mit Interventionen, wir können Ihnen aufgrund der begrenzten Zeit nur Ausschnitte zeigen, aber mit Interventionen wie Para no morir de hambre en el arte von 1979, Inversión de escena aus dem gleichen Jahr, Ay Sudamerica von 1981 und Nomás Violentía, die in mehrfachen Formen 1983 bis 1989 gezeigt wurden, wurden chilenische Bürgerinnen aufgefordert, sich zu beteiligen, in künstlerische Praktiken einzugreifen, die sich in ihrem alltäglichen Umfeld abspielten. Sie waren Kollektive aus den Aufforderungen, die Unzulänglichkeiten und den Terror des diktatorischen Regimes anzuprangern, das zu jener Zeit die politische, soziale und kulturelle Realität des Landes prägte. Das Kaderarchiv wurde von Diamela El Tid und Lotti Rosenfeld dem Museo de la Memoria y los Derechos Humanos in Chile überlassen als Schenkung. Zwischen 2011 und 2012 wurde dieses Archiv, und das ist für unser Projekt sehr wichtig, in Kooperation mit dem Madrider Museum Reina Sofia digitalisiert und auch in eine Ausstellung übertragen. Diese, sowie der von Fernanda Carvajal, Paulina Barras und Jaime Vindel herausgegebener Ausstellungskatalog waren ein wichtiger Anstoß für die Literatur- und Kulturwissenschaften, sich endlich mit diesen Interventionen zu beschäftigen. Sie sehen, Daniela Catreleo konnte sich also mit ihrer Intervention Mapuche im Jahre 2018 auf eine lange Tradition widerständiger Interventionen in Chile beziehen und zugleich ganz eigene Akzente setzen. Bevor wir zu den nächsten Fallstudien übergehen, wollen wir uns kurz einen wichtigen offenen Brief, den Guaraní-Caiua-Brief, anschauen, der 2012 auf der CINI-Website Kosellu Indigenista Missionario veröffentlicht wurde. Als Text zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen ist dieser Brief ohne Zweifel einer der Texte mit den größten Auswirkungen auf die brasilianische Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Wir halten ihn für grundlegend für das Verständnis des Verhältnisses von Literatur oder Kunst und Land, genauer gesagt für die Erkenntnis, dass der Rechtsanspruch auf Land immer auch mit dem Anspruch auf das Territorium der Literatur oder der Kunst selbst verbunden ist. Dieser Aspekt ist für die Betrachtung der zeitgenössischen indigenen künstlerischen Produktion in Lateinamerika von zentraler Bedeutung. Und wenn ich mich hier auf zeitgenössische indigene Kunst beziehe, folge ich einer Begrifflichkeit, die der Künstler den Guaraní-Caiua als Strategie verwendet, um gleichzeitig auf beide Territorialitäten Anspruch zu erheben. Im Portugiesisch bedeutet das Wort Terra zugleich Land und Erde. Der Brief, der von einem kollektiven Vier verfasst wurde, das nicht einfach als Guaraní-Caiua-Gemeinschaft aus dem Pielito-Cui-Mabracajera-Tekoa, sondern ganz spezifisch als 50 Männer, 50 Frauen und 70 Kinder unterzeichnet hat, war an die brasilianische Regierung und die Justizbehörden gerichtet und entstand als Reaktion auf die vom Bundesgerichtshof selbst erlassene Anordnung, die Gemeinschaften von den Ufern des Flusses Hovi in Mato Grosso do Sul zu vertreiben, in der Nähe ihres traditionellen Territoriums Pielito-Cui-Mabracaj, wo sie seit über einem Jahr unter prekären Bedingungen lebten, nachdem die Integrität ihres traditionellen Territoriums durch eine Haie von staatlichen, rechtlichen und privaten Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts immer wieder massiv verletzt worden war. In dem Schreiben wurde ihr kollektiver Tod gefordert, war zu einem Aufschrei im öffentlichen Raum führte, die durch die Presse und die zunehmende Nutzung sozialer Medien noch verstärkt wurde. Lassen Sie mich aus dem Brief zitieren, ich lese aus brasilianisch und portugiesisch, Sie sehen hinter mir unsere Arbeitsübersetzung ins Deutsch. De fato, sabemos muito bem que no centro desse nosso território antigo estão enterrados vários dos nossos avós, avós, bisavós e bisavós. Ali estão os cemitérios de todos os nossos antepassados. Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje. Por isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo ou expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui. Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação e extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é o nosso pedido aos juízes federais. Já aguardamos essa decisão da Justiça Federal. Decretem a nossa morte coletiva Guarani-Caiowá de Pielito-Cui, Maracai e enterrem-nos aqui, visto que decidimos integralmente a não sairmos daqui com vida e nem mortos. Sabemos que não temos mais chance em sobreviver dignamente aqui em nosso território antigo. Já sofremos muito e estamos todos massacrados e morrendo em ritmo acelerado. Sabemos que seremos expulsos daqui da margem do rio pela Justiça, porém não vamos sair da margem do rio. Como um povo nativo indígena histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. Não temos outra opção. Esta é a nossa última decisão unânime diante do despacho da Justiça Federal de Navirai, Mato Grosso do Sul. Auf den ersten Blick hat der Guaraní-Caiua-Brief keinen direkten Bezug zum literarischen Feld, viel stärker sticht sein sozialer und politischer Charakter hervor. Für die Literaturwissenschaftlerin Marília Librandi ist dieser Brief indes aus zwei Gründen sehr voll als Literatur zu betrachten. Zunächst wegen seines erratischen Charakters, ebenso wie literarische Werke im engeren Sinne und auch andere Texte, die das Kriterium der Fiktionalität nicht erfüllen, wird der Brief dennoch wegen seiner Fähigkeit, Interesse zu erzeugen und andere als die ursprüngliche initiative Funktion zu übernehmen als literarische angesehen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass sich Librandi in ihren Überlegungen einerseits ausdrücklich von einer universalen Konzeption von Literatur distanziert. Es geht hier nicht darum, in den als universal verstandenen westlichen Kanon aufgenommen zu werden. Vielmehr ihn zu unterwandern und eine Infragestellung seiner Gültigkeit und Legitimität zu provozieren. Andererseits berücksichtigt sie aber auch die koloniale Gewalt, die paradoxerweise gerade in dieser Kategorisierung Literatur enthalten sein kann. Wenn die im 6. Jahrhundert von Portugiesen wie Pedro Valle de Caminha verfassten Briefe, in denen Brasilien für ein portugiesisches Publikum, das heißt den Hof und den König beschrieben wurde, als Literatura Informativa in die brasilianische Literaturgeschichte eingingen, dann kehrt die Aufnahme des Guarani-Caioa-Briefes in die brasilianische Literaturgeschichte die kolonisierende Logik des Briefes um, indem sie eine indigene Autorenschaft materialisiert und so zu einem mächtigen Instrument zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der amerikanischen Bevölkerung wird. Der zweite Grund, warum dieser Brief Teil der brasilianischen Literaturgeschichten sein sollte, ist für Librandi die Art und Weise, wie er den Tod gleichsam herbeimwünscht. Der Brief vollzieht performativ nicht nur die Entscheidung zu sterben, sondern scheint ihm durch die Briefform, mit der die eigene Präsenz und Persistent angezeigt wird, zugleich zu entweichen. Librandis Argument erlaubt uns vielmehr dahin zu sehen, als nur den Tod als literarische Figur oder das Ufer als relevantes literarisches Motiv in der brasilianischen Literatur. Es ermöglicht uns, den Brief als literarisch zu behandeln, gerade weil er traditionelle Konzeptionen von Literatur im Ringblick auf ihren Ausschluss indigene Erfahrung denunziert. Dieser Brief ist ein Schlüsseltext unseres Projektes, weil hier die Konsequenzen Mangel der Rechtsdurchsetzung von den Menschen artikuliert werden, deren Auslöschung als Teil dieser fehlenden Gleichheit in Kauf genommen wird. Mehr noch, in ihrem expliziten Verweis, statt Vertreibung doch gleich die Ermordung anzuweisen, übergibt das Verfasserinnen Kollektiv die Verantwortung für ihren Tod an das Bundesgericht zurück. Unser drittes Fallbeispiel fokussiert die afro-peruanische Kunst mit einer Intervention der 1922 Geborenen Victoria Santa Cruz, die als Dramatikerin, Dichterin, Komponistin und Musikerin, Choreografin und Tänzerin die Kultur Perus wesentlich mitgeprägt hat. Ihr Vater Nicomé de Santa Cruz hatte von seinem sechsten bis fünfundreißigsten Lebensjahr in den Vereinigten Staaten gelebt und war ein einflussreich der Dramatiker, die Kinder lernten von ihrem Vater die englische Sprache, sie lernten Shakespeare kennen und die klassische Musik. Auch die Mutter war eine versierte Tänzerin, Sängerin perualischer Stile und sie war die Tochter des bekannten Mahlers José Milagros Gemara. Von klein auf lernte Victoria Santa Cruz von ihrer Mutter das Tanzen, engagierte sich in Theater und Kunst. Im Alter von zwölf Jahren führte sie bereits Regie, Santa Cruz zusammen mit ihrem Bruder Nicomedes Co-Direktorin der afro-peruanischen Theatergruppe Kumana. Zu dieser Zeit wurde in der Öffentlichkeit behauptet, dass alle schwarzen PeruanerInnen in der größeren Criolo-Kultur an der Küste mit ihren europäisch geprägten kulturellen Praktiken und Traditionen aufgegangen seien und recht eigentlich keinen eigenen Wert mehr für die peruanische Geschichte hätten. Victoria und Nicomedes Santa Cruz waren in den 1960er Jahren die führenden Figuren einer Renaissance des afro-peruanischen Theaters, der Musik, des Tanzes und der Poesie, die die Marginalisierung afro-peruanischer Geschichte umkehrte, indem sie vergessene Genres und Ausdrucksformen des schwarzen peruanischen Kulturerbes rekonstruierten und in den renommiertesten Theatern Limas aufführten. Mit einem Stipendium der französischen Regierung studierte Victoria Santa Cruz von 1961 bis 1966 in Paris an der Université du Theatro des Nations und der Ecole Supérieure d'Etudes Choreographiques. In Paris erhielt sie einen Preis für ihr Kostümdesign für El Retablo de Don Cristobal von Federico Garcia Lorca, außerdem war sie auch als Kostümbildnerin für La Rosa de Papel von Ramón de Valle in Klan tätig, bei dem übrigens ihr argentinischer Kommilitone Victor Garcia Regie führte, der später während der Militärdiktatur in Argentinien gewaltsam verschwunden gelassen wurde. Nach ihrer Rückkehr nach Peru im Jahr 1966 setzte Victoria Santa Cruz ihre künstlerische Arbeit am afroperuanischen kulturellen Erbe fort und gründete ihre eigene Gruppe junger afroperuanischer PerformerInnen das Teatro Y Danzas Negros de Peru. Das Ensemble trat übrigens bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko aus, tute durch Mexiko selbst, Venezuela, Kolumbien, Vereinigten Staaten. Ihre Aufführungen wurden im Sterbtheater von Lima und im Segura Theater sowie auch mehrfach im peruanischen Fernsehen gezeigt und das ist gut, weil wir sehen gleich eine dieser Aufnahmen. In den späten 1960er Jahren wurde Victoria Santa Cruz während der von General Juan Velasco Alvarado geführten Militärregierung zu einer führenden Figur des künstlerischen Widerstands. Von 1969 bis 1972 war sie Direktorin der Nationalen Folklore Schule Perus und wurde 1973 zur Gründungsdirektorin des Conjunto Nacional de Folklore ernannt. Wir möchten Ihnen heute eine poetische und tänzerisch- choreografische Intervention von Victoria Santa Cruz zeigen, die Sie gleich versprochen in Gänzes, nicht lang, drei Minuten, mit englischsprachigen Untertiteln sehen werden, doch ich möchte Ihnen erst das von ihr geschriebene Gedicht mit dem Titel Me gritaro negra auf Deutsch, man schrie mir hinterher, ich sei eine schwarze Frau, zeigen, damit Sie das Video auch gut nachvollziehen können. Das Gedicht und gleich auch die Performance folgen der Wahrnehmung des lyrischen Ichs, in der die Zuschreibung als schwarze Frau dem kindlichen Ich zunächst als diskriminierende Gewalt, als brutale Zuschreibung wahrgenommen wird, bevor Körper und Erfahrung die eigentlich ausschließende Benennung zur stolzen Selbstbezeichnung machen und die Zugehörigkeit als schwarze Frau performativ in der Choreografie und in der Sprache als Teil der eigenen Zugehörigkeit sichtbar wird. Im ersten Teil des Gedichts erinnert sich das lyrische Ich an die ersten Male, in dem es in pejorativer Absicht als Negra angeschrien wurde. Damals war es sieben Nein, korrigiert es sich kaum fünf Jahre alt. Das wird als tiefe Erschütterung dargestellt, die das weibliche lyrische Ich dazu bringt, sich in sich zurückzuziehen. Ich wich in mich zurück, so heißt es im Gedicht. Sie sehen die Wiederholung dieses Verses am Ende der Folie. In einem zweiten Teil des Gedichts wird der verzweifelte Versuch der Assimilation an eine nicht-schwarze Mehrheitsgesellschaft beschrieben, der in das scheitert, denn ganz gleich, wie sehr sich das lyrische Ich anpasst, es wird weiter essentialisiert. Hier sehen Sie den Wendepunkt des Gedichts Ike, den Moment, die ersten Verse, in dem sich das lyrische Ich fragt, ja und wenn schon, natürlich bin ich eine schwarze Frau und die abfällige Fremdbezeichnung zu einer neuen, stolzen Selbstbezeichnung wendet. Und der letzte Teil des Gedichts feiert diese stolze Selbstbezeichnung im Dialog mit dem Chor, der nicht mehr die Beleidigung reproduziert, sondern die Zugehörigkeit feiert. Das Spannende ist, diese Intervention ist bereits 46 Jahre alt, sie stammt aus dem Jahr 1978 und jetzt, wo Sie den Text kennen, möchten wir Ihnen gerne die Intervention auch zeigen. Es ist eine Fernsehaufzeichnung aus einem peruanischen öffentlich-rechtlichen Sender, die jemand netterweise auf YouTube gestellt und dann mit englischen Untertiteln versehen hat, aber Sie sind nicht von uns, das merken Sie auch gleich, indes hilft es Ihnen vielleicht, die Performance nochmal so nachzuvollziehen, wie wir uns das erhoffen. Deine Tenia siete años apenas, apenas siete años, que siete años, no llegaba cinco siquiera, ¿verdad? De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso decían? ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Ich war immer amartig. Ich war immer auf meine Hände. Ich hatte meine Hände. Und wie war es. Ich habe mir die Hände. Ich habe mir die Hände. Und zwischen meinen Händen war immer die gleiche Sprache. Die gleiche Sprache. Negra, 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 negra. Bis später hinzugehen, bis später hinzugehen етыilo für die Hände. Negra, 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 negra. Und wie von nebenel habe ich mit seinenasionen, besserでは vor. Ich habe mir das Augen. Ich habe mir das Augen. Ich will nicht den Hacke, die ich in der Hacke zu retten. Ich will mich nicht für diejenigen, die, von ihnen zu verhindern, die, von uns zu essen, die Negros bezeichnen, die Leute von color. Und was color? Negros! Und was schön ist das? Negros! Und was hat sich das? Negros! 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 Ich verstehe! Ich habe es nicht mehr gesehen. 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 Ich empfehle mich für dich. Ich versuche selbst aufwärts seinen Musik. Ich. itorgeräusche Ich war nicht so, ich war nicht so, ich habe nicht so, ich habe die Habe. Negro, 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 Negro. Das eindringliche Gedicht, Me Gritaro Negra und die damit verbundene choreografische Intervention, das ist beides zugleich sozialer Kommentar über Rassismus und die Fremdbestimmung der dargestellten Körper, als auch zugleich Rückgewinnung von afroperuanischer weiblicher Geschichtserfahrung. Santa Cruz wiederholte Verwendung des Wortes Negra, nimmt das Wort, das als Beleidigung gemeint war, und verwandelt es in ein stolzes Wort, das im Chor der Tanzenden Widerhalt. Die rassistische Semantik wird dem spanischen Begriff durch die sprachliche und tänzerische Intervention wie ausgetrieben und mit einer neuen emanzipatorischen Bedeutung versehen. Mit unseren nächsten Fallstudien kommen wir vom Gedicht und Choreografie zu erzählen, zum Narrativen. Aufgrund ihrer grundlegenden Rolle im Widerstand gegen die Militärdiktatur kommt den Künsten im öffentlichen Raum Brasiliens bis heute eine differenzielle Bedeutung zu. Legitimierte in den 90er Jahren bereits die schichtliche Tatsache des Erzählens von bislang nicht wahrgenommenen Erfahrungsgeschichten und Zugehörigkeiten, so eröffnet heute die Vermittlung zwischen nicht-hegemonialen Wissensformen und der westlichen Kultur, künstlerischen Diskursen, zusätzliche Bedeutungsebenen und erweitert ihr Potenzial. In diesem Sinne garantiert die Vermittlung die Überwindung von stacher Identitätszuschreibungen und die reduktive Interpretation ihrer Autorinnen als bloß erzählende Menschen. Wenn Erzählungen indigene um schwarze Frauen nach langen Zeiten des Schweigens zum strukturellen Hassismus in der brasilianischen patriarchalischen Gesellschaft heute performative Funktion besitzen, in denen sie durch ihre Äußerungen Zeugnis von der eigenen Existenz ablegen und sich so gegen das Schweigen und den Ausschluss indigener und schwarzer Frauen im literarischen Feld auflehnen, besteht die Herausforderung, Ästhetik und Politik miteinander zu verwerben, dabei weiter auch, um auf nicht-reduktive und nicht-dichotomische Weise die auf ausgrenzenden Strukturen gewachsenen Polarisierungen zu überwinden. Eliane Potiguara ist eine der wichtigsten Referenzen für die neue Generation indigener Schriftstellerinnen in heutigen Brasilien. Sie wurde 1950 geboren und bezeichnet sich selbst als Überlebende der indigenen Gruppe der Potiguara. Sie hat an der Universidade Federal do Rio de Janeiro einen Abschluss in Pädagogik gemacht und ist Gründungsmitglied der Vereinigung Grumming Grupo Mulare Educação Indigena. Die Gründung dieser Vereinigung 1985, die sich als indigenes Kommunikationsnetzwerk bezeichnet, war eine wichtige Etappe in Eliane Potiguaras Engagement gegen Gewalt an indigenen Frauen, welches schon sehr viel früher in den 70er Jahren, also inmitten der Militärdiktatur, begonnen hatte. Die Autorin betrachtet sich selbst als Autodidaktin in Sachen indigener Rechte. Sie hat indes an jener Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen in Genf teilgenommen, die die allgemeine Erklärung der Rechte indigener Völker ausgearbeitet hat. Sie ist in diesem Bereich auf nationaler und internationaler Ebene aktiv und sichtbar. Ihr Buch Metadi Cara, Metadi Mascara, auf Deutsch Halbgesicht, Halbmaske, vereint Texte, die die Autorin seit den 70er Jahren verfasst hat und gilt als das erste Werk einer indigenen Autorin in portugiesischer Sprache, das in akademischen und literarischen Kreisen Aufsehen erregt hat. Im Jahr 2004, als die erste Ausgabe veröffentlicht wurde, war es eines der wenigen literarischen Werke einer Autorin, die durch dieses Projekt historischer und kultureller Wiederaneignung ihrer indigene Zuhörigkeit zurückfordert. Die Präsentation und die Einleitung verliehen dem Werk einen doppelten Rahmen, den der indigenen Traditionen und den des brasilianischen Literatursystems. Die erste Einleitung von Daniel Munduruku, der um das Jahr 2004 zweifellos der bekannteste indigener Schriftsteller war, verortete das Buch in der Reihe Indigenen Visionen des Verlags Global. Die zweite Einleitung von Grasa Grauna, Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Federal de Pernambuco, unterstrich den literarischen Status der Veröffentlichung. Das Buch von Eliane Pochiguara verpflichtet eine Vielzahl von Stimmen und Genres, Autobiografie, Zeugnis, Chronik, Poesie, poetische Fiktion, die das symbolische Universum indigener Mythen rehaufbeschwört. Das wird verdichtet im Bild der Maske, der in amazonischen Mythen einer transformative und reilenden Kraft zugesprochen wird. Diese Kraft schreibt die Autorin auch der Literatur zu. Die Konstruktion indigener Identität ist hier eng mit dem Prozess literarischen Schreibens verbunden. Die Vielzahl von Stimmen entsteht auch als Wiederhall der Stimme von Einzelnen oder eines Kollektives. Trudoado Rico hat diese Dynamik von Individualität und Kollektivität so verstanden, dass damit ein Wandel in der Geschichte der indigener Literatur in Brasilien markiert wird, der mit Schriftstellerinnen einsetzt, die nicht mehr ausschließlich mit kollektiver Stimme sprechen, sondern mit eindeutig individuellen Stimmen. In Pochiguaras Werk stehen diese Dimensionen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Durch die Vermischung der Erzählung ihrer eigenen Geschichte und ihrer Familie mit historischen Informationen über die Invasion indigener Gebiete seit Beginn der kolonialen Geschichte bis heute, erscheint Pochiguaras Geschichte zugleich partikular und kollektiv, auch weil die Berichte über Gewalt, Armut und Menschenrechtsverletzungen von indigenen Frauen zum Erwartungshorizont gehören. Ein Beispiel dafür ist das Epigraf, in dem die Autorin in der ersten Person spricht und zugleich auf die Vernichtung der indigenen Bevölkerung durch die Kolonisierung verweist. Ich lese nochmal auf brasilianisch und portugiesisch und Sie sehen hinter mir unsere Übersetzung ins Deutsche. Theorie No dia que eu conseguir abrir as páginas de minha alma e cortar essas linhas do meu inconsciente coletivo, aí sim, aí sim vou soltar a minha voz num grito estrangulado, sufocado há cinco séculos. 500 anos de pretenso reconhecimento de nossa cidadania Die diskursive Strategie entscheidet also nicht nur über eine indigene Sichtweise, sondern auch über die Sichtweise einer indigenen Frau und stellt so eine Verbindung zwischen Invasion und Fluchte her. Der Stammbau, der sich aus der Lektüre des Werks ableiten lässt, beginnt mit der ermordeten indigenen Figur X. In der Benennung scheint erneut die kollektive Dimension des Geschehens auf. Dieser Mord ist Auslöser für die Flucht von drei Generationen indigener Frauen aus dem Nordosten nach Rio de Janeiro, wo sie zunächst auf der Straße und dann unter prekären Bedingungen in einem einzelnen Raum leben müssen. Diese Genealogie der Frauen nimmt im Werke einen zentralen Platz ein, sowohl aus kollektiver Sicht als Erzählung indigener Geschichtserfahrung, als auch aus dem Blickwinkel von Potiguaras persönlicher Geschichte. Ihre Großmutter, Maria de Lourdes, der sich das Buch widmet, spielte in ihrem Leben eine zentrale Rolle. In 1956, wenn die Frau von Elza schon sechs Jahre alt war, Maria de Lourdes, mulher indigena, analfabeta, paraibana, nordestina e agora quasi mão de obra escrava nas feiras cariocas, iniziou o processo de criação da menina para ajudar Elza, que trabalhava como fascineira numa firma. Interessante ist hier die Verwendung der dritte Person Singular, in der sich die Autorin als Figur selbst apostrofiert, und die Verschiebung von Ich, des Epigraphs, zum Sie, der Tochter der Familie Potiguara. Diese Bewegung ständiger Annäherung und Distanzierung findet sich auch im Hinblick auf kulturelle Aspekte. Maria de Lourdes era uma curandeira. Não só currou pessoas estranhas, como dois tumores de sua neta, alojados um no olho, outro no mamilo da pequena menina, com uma mistura de minhoca amassada, teia de aranha e visgo de jaca, trocando essa composição diariamente por um período de mais de 15 dias. Das Werk besteht aus sieben über die allegorischen Figuren Jorupiranga und Kunyatayi miteinander verbundenen Teilen, die eine zirkulare zeitliche Dynamik mythischer Geschichten erzeugen und zugleich in die Zukunft weisen. Die Eterogenität dieses Zeitregimes zeigt sich auch in der Räumlichkeit, die in dem Werk entsteht. Olivier de Godet zufolge lassen sich in der Dynamik des Werks zwei wesentliche räumliche Bewegungen ausmachen, von der die eine den Prozess der Enteignung von Territorien anprangert und an die Ausgrenzung erinnert, die indigene Menschen im Laufe der Geschichte ertragen mussten, während die andere einen Raum imaginiert, der durchlässig ist für Koexistenz und Austausch. Das sind die Worte von Olivier de Godet. Die sieben Teile können als Situationen betrachtet werden, deren Titel jeweils von einem erklärenden Untertitel begleitet werden, der die Ereignisse des Buches zusammenfassend vorweg nimmt. Obwohl das Gedicht Juru Piranga Kunyatayi dem Werk, das als Sammlung verschiedener Texte konzipiert ist, einen gewissen Zusammenhalt verleiht, hierarchisiert es nicht wie ein traditioneller Rahmen der Erzählebenen, sondern fungiert als Zentrum, in dem sich die Erzählebenen bündeln. Die beim Lesen entstehenden Verschiebungen nehmen sich wie ein Echo der von der Reflexion vorgeschlagenen Verbindungen zwischen Eroberung und Flucht in der Architektur des Werks selbst aus. Die räumliche Imagination dieser Struktur evozierte Vorstellungen von Rahmen und Quadrat. Zum einen verkörpert Eliane Pochiguara also die erzählende Person außerhalb des Buchs. Ihr Werk materialisiert in seiner performativen Dimension die Bejahung der Existenz indigener Bevölkerung, die von dem herrschenden Diskurs in Brasilien seit Jahren geleugnet wird und beansprucht so den Platz eines politischen Subjekts und einer schriftstelligen Stimme. Andererseits erfüllt sie die Rolle der Vermittlerin zwischen westlichen literarischen Codes und indigenen Weltanschauungen. Das erzählerische Ich in Metallicara, Metallicamaskara verschiebt sich immer wieder zu einer Erzählinstanz in der dritten Person und ruft so einen paradoxen Effekt von gleichzeitiger Annäherung und Distanzierung hervor. Dasselbe gilt für das plötzliche Fremdwerden der Erzählung, die im Laufe des Lesens bereits vertraut geworden ist. Ich zitiere jetzt nochmal. A menina, então, foi criada a sete chaves dentro de um quarto semi-escuro e quase nunca saía. Quando via, o sol desmaiava. As necessidades fisiológicas e os banhos eram realizados ali mesmo. A cozinha apertada e fora da casa era cenário das caçarolas expostas. Os peixes e carnes secas eram pendurados como se fossem roupas no varal ou expostos no telhado para secar. E era constante a presença da mandioca, fruta-pão, inhame, banana da terra, frutas em geral. Quando conseguiam, comiam caranguejo e o caldo com farinha, fazendo bolinhas com a mão. Presume-se que a Índia Maria de Lourdes mantinha a pequena menina Potiguara no quarto, objetivando a preservação de sua identidade moral, física e psicológica, pois viviam numa área socialmente comprometida. Angesichts der historischen kontinuierlichen Verletzung von Menschenrechten indigener Völker, die den Hintergrund von Potiguaras eigener Arbeit bildet, wird deutlich, dass es sowohl in den 70er Jahren als die meisten Texte des Buches entstanden, als auch in den ersten Nullerjahren, als das Buch veröffentlicht wurde, einen großen Bedarf an Übersetzung in die hegemoniale Kultur gab und noch gibt. In diesem Sinne besteht die Radikalität der Erzählstimme, die in Potiguaras Projekt emergiert, und ihre intervenierende Poetik nicht nur in der Infragestellung von starren Begriffe von Autorschaft, Rezeption und literarischem Wert. Mit ihrem Werk hat Potiguara auch neue Verflechtungen und komplexe Agencies von Autorschaft und Erzählung hervorgebracht, die den Platz des Performativen in der brasilianischen Kunst und Literatur völlig verändert haben. Das dadurch eingeforderte Recht, die eigene Geschichtserfahrung als kollektive Erfahrung zu schreiben, hat der Geschichte der brasilianischen Literatur und Kunst völlig neu aufgezeigt. So unterschiedlich die hier beispielhaft diskutierten Interventionen sind, so eint sie doch das Verfahren, kollektive Rechtsansprüche durch den partikularen Körper zu markieren. Die KünstlerInnen schaffen mit ihren Körpern nicht nur ephemere Bilder, die im performativen Prozess entstehen und vergehen, sondern sie sichern die dauerhafte Präsenz ihrer Eingriffe durch Narration, durch Choreografie, durch Dichtung. Die künstlerischen Verfahren sind mehr als bloße Aufzeichnungsmedien, sondern prägende Elemente der Interventionen. Ihre Poetiken sind auch deshalb sowohl orts- als auch zeitgebunden, weil sie nicht nur an einem flüchtigen Aufzeigen von Rechtsungleichheit interessiert sind, sondern deren Konsequenzen sinnlich wahrnehmbar machen. Der offene Brief, in dem ein kollektives indigenes Wir vom Bundesgericht anstelle der angeordneten Vertreibung gleich die Ermordung forderte, verknüpft das aktuelle Ereignis mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der kollektiven indigenen Geschichte Brasiliens. Eliane Pochiguara hat über Jahrzehnte an der Herausbildung eines indigenen Erzählsubjekts, das nicht in der partikularen Geschichte seiner Autorin aufgeht, gearbeitet und dies in ihrem hier diskutierten Buch auch dokumentiert. Victoria Santa Cruz hat in ihrer Intervention, Megritaron Negra, ein Zeugnis afroperuanischer Selbstermächtigung hinterlassen. Daniela Catrilleo hat die Konsequenzen der überproportionalen Anwendung des Antiterrorismusgesetzes auf Mapuche-Personen in Chile als Tätowierung in den eigenen Körper eingeschrieben. So sind die in den vier Fallbeispielen vorgestellten Poetiken des Intervenierens auch in ihrer Bedeutungskonstitution stets auf die spezifische historische und rechtliche Situation in Brasilien und Hispanoamerika bezogen. Sie unterscheiden das jeweils spezifische Unrecht, entziehen sich dabei aber bewusst einer agonalen Logik, die Formen des Unterdrückens und mangelnden Zugang zum Recht hierarchisierend wertet. Indigene und schwarze Erfahrungen wird nicht mit anderen Erfahrungen in Konkurrenz gedacht, sondern die Notwendigkeit der Anerkennung dieser Erfahrung unterstrichen. Mehr noch, die Interventionen, mit denen wir im Projekt arbeiten, sind sich sämtlich der Untiefen solch einer Agonalität bewusst. Um diesen Aspekt nachzuvollziehen, hilft es vielleicht, sich vor Augen zu führen, dass es beispielsweise in Brasilien unter Bolsonaro gezielte Desinformationskampagnen gegen indigene, schwarze, feministische, LGBTQI plus BrasilianerInnen gab, die mit hasserfüllten Verschwörungserzählungen und Fake News versuchten, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in die Verfassung und in die staatlichen Institutionen zu zerstören. Weder haben die Wahlverlierer aufgehört, die sozialen Medien mit solchen Kampagnen zu überziehen, noch, das wissen Sie, handelt es sich dabei um ein auf Brasilien beschränktes Phänomen. Antidemokratische Bewegungen sind nicht nur in Lateinamerika, sondern weltweit damit befasst, durch gezielte Hasspropaganda unterschiedliche Erfahrungen als vermeintlich weniger oder mehr Wert gegeneinander aufzuhetzen. Die intervenierenden Poetiken in Brasilien und Hispanoamerika, die hier beispielhaft diskutiert wurden, entziehen sich dezidiert diesem agonistischen Vergleich. So ist bei der im Verstehensprozess erschlossenen Bedeutung der hier diskutierten Interventionen grundsätzlich zwischen verschiedenen, aber miteinander verbundenen Bedeutungsaspekten zu unterscheiden, dem konkreten Handeln und Sagen des partikularen Körpers, der im Mittelpunkt der Intervention steht, die je unterschiedliche koloniale wie zeitgenössische Geschichte und dem auf die kollektive Rechtsungleichheit bezogenen Aussagegehalt. Die jeweils spezifische Akzentuierung von Zeit und Raum ist für die Bedeutungskonstitution ebenso wichtig, wie das Wissen um den historischen wie den juristischen Kontext. Die Unterscheidungskraft, die allen hier diskutierten Interventionen inne wohnt, gestattet eine Anklage spezifischen Unrechts, ohne sich mit anderem Unrecht, das möglicherweise existiert, zu vergleichen oder sogar zu messen. Dies ist eine bewusste künstlerische Haltung, mit der sich die hier untersuchten Interventionen vom bewussten gegeneinander ausspielen, unterschiedlicher Geschichtserfahrungen unterscheiden. Damit sind sie keine isolierten Phänomene, sondern dies eint jene Poetiken der Interventionen in Brasilien und Hispanoamerika, die Rechtsungleichheit anklagen. Vielen Dank.